Musik Achtung! Ist alles okay? Es tut mir leid, ich habe das Auto noch nicht gesehen. Ich war so mit dem Bild beschäftigt. Musik Du bringst mich echt durcheinander. Musik Damit habe ich nicht gerechnet. Musik Niki, das ist meine Schwester Carlotta aus USA. Die berühmte Bühnenbildnerin? Wieso hast du nichts gesagt? Musik Elisabeth, du brauchst keine Angst zu haben. Carlotta, ich freue mich dich zu sehen, wirklich. Ich freue mich auch, euch zu sehen. Aber wir hatten ausgemacht, dass Niki niemals... Ich weiß, was wir ausgemacht haben. Musik Ich kenne dich doch nur seit ein paar Tagen. Ich habe andere Pläne. Liebst du ihn? Was willst du von mir hören? Dass ich nicht nach einer Ehe will, dass ich viel lieber hierbleiben würde mit dir. Das ist doch verrückt. Aber sie hat nun mal ihr Leben mit Mats und mir verbracht. Ja. Aber sie ist und bleibt mein Kind. Ich glaube es einfach nicht. Niki, warte! Lass mich! Lass mich! Ich muss jetzt zum Reisebüro, lieber. Ich muss mein Ticket nachholen. Bitte gib nicht alles auf. L.A. ist nicht dein Traum. Ja, und wenn schon! Lass mich! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Lass mich! Ich liebe dich! Läuble! Lass mich! Untertitelung des ZDF, 2020